Jo, hi Leute! Hier ist der Pitbull mit meiner Füße. Wir sind jetzt auch unterwegs. Wohin? Kann man jetzt grad nicht sagen. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen schönen Tag. Oder einen schönen Amittag, wenn ich sag's noch. Mein Sonntagchen wird noch andere. Meine Tochter wird noch ein bisschen innenladen. Könnt ihr euch auch vorstellen. Nicht abläuft. Gegen... Ja. Kann ich jetzt schmeißen? Schmecken wir mal was sagen. Schmecken wir mal. Kennen schon mehr. Nee, ganz ehrlich. Einfach mal einen frischen Lauf. Echtig. Topfen Sie mal einen geilen Versuch, Leute. Geil, ne? Gut, Leute. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.